Nachdenkseiten. Die kritische Website. Das Buch gibt Einblicke in den Corona-Bürokratie-Dschungel des Bundesministeriums für Gesundheit BMG, das Paul-Ehrlich-Institut PEI und der Ständigen Impfkommission STIKO. Aber auch der Einfluss der Krankenhäuser, der Gesundheitsbehörden, der Bundeswehr, der Dashboards und der politischen Entscheidungsträger wird dabei deutlich. Außerdem zeigt das neue Sachbuch auf, wie man mithilfe der künstlichen Intelligenz, in diesem Fall ChatGBT, aktuelle Fragen ansprechen und diskutieren kann. Die KI ist dabei als Tool zu verstehen, das zugefütterte Daten in seine Analysen mit einbeziehen kann. Und Unterlagen, Dateien, Zahlen und Statistiken, die bekannte Corona-Narrative hinterfragen oder gar ins Wanken bringen können, liegen bei den Lausens zur Genüge vor. Außerdem hat das Gespräch mit der KI für die Autoren einen weiteren Vorteil. Diese Gesprächsabbrüche gehören für die meisten leider seit Beginn der Corona-Zeit zum Alltag. Nur sehr langsam erholen sich die sozialen Beziehungen wieder, weil ergänzende und neue, durchaus schockierende Informationen integriert werden können, die bisher nicht in den engen Meinungskorridor des Mainstreams passten. Die Autoren widmen dieses Buch einem neuen sozialen Frieden nach Corona. Erosion menschlicher Beziehungen Sehr einfühlsam schildern sie im ersten Kapitel, wie sehr die Corona-Politik das soziale Leben bis heute stört. Dabei spielte und spielt die negativ gelagene Kampagnen-Sprache mit Diffamierungen wie Querdenker oder Verschwörungstheoretiker eine große Rolle. Paarbeziehungen, Eltern-Kind-Beziehungen, langjährige Freundschaften. Das von außen herangetragene, mit Steuergeldern bezahlte, soziale PR-Gift drang in alle Bereiche ein, zersetzte Lebensgrundlagen und beschäftigte Gerichte. Im Buch heißt es, die Erosion der menschlichen Beziehungen zeigte sich in vielen Fällen als eine der schmerzlichsten sozialen Folgen dieser Zeit. Auch die Arzt-Patienten-Beziehungen war und ist betroffen. Zitat Die Zahl der Menschen, die in Deutschland sind, die in den deutschen Krankenhäusern während des Lockdowns starben, lag laut Autoren bei 312.867. Diese Menschen mussten einsam ohne ihre Angehörigen sterben. Die Autoren schreiben, Für die Betroffenen, die in dieser Zeit einen Angehörigen verloren, war der Vertrauensverlust in die Entscheidungsträger und das System tiefgreifend. Sie sahen in den restriktiven Maßnahmen eine Verletzung grundlegender menschlicher Rechte, von Traditionen und der Würde am Lebensende. Zitat Ende. Und bei der Aufarbeitung dieser tragischen Biografien darf eines nicht vergessen werden. Im Gegensatz dazu wählte Schweden einen anderen Weg, bei dem keine Lockdown-Maßnahmen angewendet wurden. Wie tickt ChatGBT? Das Autorenpar Lausen mit der KI auf Du und Du weiß, wie ChatGBT tickt. Zitat Antwort KI Und dann beginnt die Frage. Der spannende Dialog zwischen der Mainstream-ChatGBT und dem Kritikerpaar, dem der schwedische Weg allemal menschlicher und einleuchtender erscheint. Dabei muss man sich als Leser daran gewöhnen, dass die Sprache der KI neutral und ausgewogen gehalten ist. Sie geht höflich auf alles ein, ihre Bedenken seien ernst zu nehmen. Manchmal etwas trocken, denn die KI holt breit aus. Man hat eben eine Art chatten des Lexikon vor sich. Andererseits wird deutlich, dass die KI kritische Fragen und widersprüchliche Informationen verarbeiten kann. Und dass der bereits oben erwähnte Dateninput des Autorenpaares die KI ganz schön ins Schlingern bringen konnte. Ganze Textpassagen muss ChatGBT dann ändern, umgestalten und ergänzen. Genau das sind dann die spannenden Stellen, die den Leser für seine Konzentration belohnen. Die Ergebnisse des kritischen Hinterfragens machen einen Großteil des Buches aus. Die KI lernt nicht durch den Nutzer, daher mussten die gemeinsam erarbeiteten Antworten festgehalten werden. So entstand das Buch. Durch und durch nachhaltig und reguliert ChatGBT rasselt die Vorzüge der Agenda 2030 runter wie nichts. Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, die von den Vereinten Nationen im Jahr 2015 verabschiedet wurde, umfasst 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung SDGs, die darauf abzielen, Armut zu beenden, den Planeten zu schützen und Wohlstand für alle zu sichern. Aber sie hat nicht mit dem Autorenpaar gerechnet. Das fragt nämlich genauer nach. Wieso sollen eigentlich Impfungen in dieser Agenda so dominieren, wenn doch sie selbst konstatiert, dass die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und COPD, gegen die es keine Impfung gibt, weltweit an erster Stelle stehen? Und die Infektionserkrankungen eine abnehmende Tendenz haben? Könnte da Profitstreben eine wichtige Rolle spielen? Und ist ein Impfnachweis beim Reisen künftig notwendig? Was die KI übrigens mit einem klaren Ja beantwortet. Änderungen können durch Gesetzgebung, diplomatische Verhandlungen oder Veränderungen in der öffentlichen Wahrnehmung und Akzeptanz herbeigeführt werden. So so, es besteht also noch ein kleines Fünkchen Hoffnung auf künftige Reisefreiheit. Auch das Thema Bevölkerungsregulation wird von der KI vollmundig im besten PR-Sprech übermittelt. Es gehe dabei um, Strategien, die Bildung, Gesundheitsversorgung und die Befähigung von Individuen betonen, ihre eigenen reproduktiven Entscheidungen zu treffen. ChatGBT als Maßnahmenbefürworter ChatGBT hätte bei dräuenden Pandemien flexibel die uns schon bekannten Maßnahmen zur Hand und kennt dabei, trotz gedrechselter Sprache, ebenfalls keine Gnade. Ja, ich hätte empfohlen, Besuche in Krankenhäusern, Pflegeheimen und bei bettlägerigen Menschen stark zu beschränken, um die Verbreitung des Virus zu verhindern. Immerhin würde der digitale Gesprächspartner die Impfentscheidung nicht durch Druck und Anreize herbeiführen wollen, womit er der Politik mit ihren Bratwurst- und angstgetriebenen Impfpflichten voraus ist. Es ist wichtig, das öffentliche Verständnis für die Wirksamkeit und Sicherheit von Impfstoffen zu fördern und gleichzeitig die Autonomie und die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen zu respektieren. Die erweiterte Definition der WHO für eine Pandemie aus dem Jahr 2009, die auf die Ausbreitung des Virus und nicht auf die Schwere der Erkrankung und auf Todesfälle fokussiert, birgt eine Gefahr, die auch die KI benennt, kann zu einer Überreaktion führen, da die Schwere der Krankheit nicht berücksichtigt wird, was unnötige Angst- und kostspielige Maßnahmen auslösen könnte. Das Autorenpaar tippt auf einen weiteren wunden Punkt und der digitale Informant antwortet, ja, die neue Definition einer Pandemie kann im deutschen Rechtssystem schnellere Gesetzesänderungen ermöglichen, indem sie die Grundlage für die Aktivierung von Notfallplänen und die Einführung von Maßnahmen zur öffentlichen Gesundheit bietet, ohne dass die Schwere der Erkrankung erst nachgewiesen werden muss. KI schreibt Dramen und liegt daneben Die Überlastung des Gesundheitssystems, das beliebteste und anscheinend überzeugendste Argument der Pandemie-Politik, wird ebenfalls beleuchtet. Dazu die Autoren, um kostendeckend arbeiten zu können, sind Intensivstationen immer belastet und liegen meist bei einer 80-prozentigen Auslastung. Begriffe wie Überlastung und Zusammenbruch beschrieben das Gesundheitssystem in der Corona-Zeit wohl nicht korrekt, sondern dramatisierten unnötig. Da wird Chatschibiti doch schon etwas kleinlauter. Intensivstationen operieren üblicherweise mit einer hohen Auslastung, um eine effiziente Nutzung der Ressourcen zu gewährleisten. Während der Covid-19-Pandemie gab es Phasen erhöhter Nachfrage. Jedoch haben die Systeme durch angepasste Maßnahmen und das Engagement des medizinischen Personals die zusätzliche Belastung bewältigt. Einige eingegebene Datensätze später kommt gar der Rückzieher. Basierend auf diesen Informationen scheint es, dass die deutschen Krankenhäuser während der Covid-19-Pandemie, insbesondere in den Jahren 2020 bis 2022, unter dem Aspekt der Gesamtfalltage nicht überlastet waren. Systematische Überwachung der Impfstoffsicherheit Fehlanzeige In der Mainstory des Buches wird der Behördendschungel der staatlichen Gesundheitsinstitutionen erforscht. Es ist kaum vorstellbar, welche Kommunikationsblockaden zwischen den Gesundheitseinrichtungen, Behörden der Landesregierungen und dem Bundesgesundheitsministerium bis heute herrschen. In Krankenhäusern wurden Meldungen an die Behörden zum Impfstatus der Patienten in auffallend hoher Anzahl vernachlässigt. Ein Krankenhauschef mit belegten Risikomeldungen wurde nicht ernst genommen und dazu noch entlassen. Dabei erkennt das PEI die Krankenkassendaten als wichtigen Bestandteil einer effizienten Pharmakowigilians der Covid-19-Impfstoffe an. Aber die Datenschnittstelle im RKI, die bereits im November 2020 gesetzlich festgelegt wurde, funktioniert bis heute nicht. Sie sollte eigentlich die Datenflüsse zwischen Kassenärztlicher Vereinigung, Robert Koch und Paul-Ehrlich-Institut im Kontext des Infektionsschutzgesetzes ermöglichen. Chachibiti bemerkt, Dabei erwartet man doch als Normalbürger, das Gesundheitsministerium RKI, PEI und STIKO im Fall einer laut ausgerufenen Gesundheitskrise besonders gut und intensiv zusammenarbeiten. Die Pharmakowigilians, also die Überwachung der Sicherheit der Covid-19-Impfung, die der Beurteilung und Abwehr von Impfrisiken dienen soll, wurde laut vorliegender Datenlage aber geradezu verhindert. Dazu resümieren die Autoren nach ihrem Chat mit der KI, Wenn wir uns nun die Frage stellen, ob die Wirksamkeit der neuartigen Covid-19-Impfstoffe in Deutschland zielbringend überprüft wurde, können wir sie nach Einführung und Diskussion der behandelten offiziellen Dokumente nur mit Nein beantworten. Liebe Hörerinnen und Hörer, lassen Sie sich diesen neuen KI-gestützten Corona-Krimi nicht entgehen. Deutsches Gesundheitsmanagement in der Corona-Zeit mit natürlicher Intelligenz, NI, sachlich und detailliert analysiert, in bekannter Lausen-Qualität. Unser Buchtipp Ulrike und Tom Lausen Die Untersuchung Drei Jahre Ausnahmezustand Ein wegweisendes Gespräch mit künstlicher Intelligenz Erschienen bei Achgut-Edition und Leserinnen, die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wir freuen uns über Ihre Aufmerksamkeit.